Tutu 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 Wir können hier mal unser... Ja, super gemacht. Soll, ne? Unser weiteres Handeln überdenken. Strategie verfechten. Aber vielleicht nicht hier vorne, sondern hinter Schutz. Okay. Man weiß nie, wer hier noch so ist. Ja, das stimmt. Sollte sein, dass hier böse Kreditkartenhaie sind. Ne, Kredithaie, nicht Kreditkartenhaie. Also, wo wollen wir denn hin? Ich hab eigentlich gehofft, hier was zum Fahren oder Fliegen zu finden. Ja, hab ich auch gehofft. Guck mal, was mach ich? Ich mach lustige Bewegungen, oder? Warte, ich schau auf der Map grad. So. Du reibst dein Gewehr an deinem Ölsack. Mein öliger Hodensack muss geölt werden. Euli, euli. Juicy. Ne, ich nehm für mein Gewehr etwas von meinem Öl aus dem Hodensack, weißt du? Damit es besser schmiert. Das ist ein Geheimtipp. Wenn man kein Ballistol hat, dann nimmt man einfach Hodenöl. Ich würd sagen, wir laufen einfach an der Küste runter, irgendwie. Oder? Äh, an dieser Hauptstraße? Ja, an der Küste. Da geht halt immer das meiste ab, würde ich sagen. Mach, mach mal. Dass wir irgendwann runter nach Elektro kommen. Bin dabei. Okay. Da bin ich dabei. Das ist prima. Oh, was ist denn hier? Viva Kolonia. Die besoffenen Kölner sind in der Viva Kolonia. Ja, ne? Also so ein Panzer werden schlecht. Wir sind ja bescheiden. Ja. Kleiner fliegender Panzer. Boah, was ich eben, ähm, nach rechts müssen wieder zur Küste. Okay. Okay. Weiß ich natürlich nicht mehr nicht. Wesen hab bei Armory, was mich sehr neugierig gemacht hat. Einige Panzer sind ja tatsächlich, äh, Amphibien fähig, ne? Echt? Ja. Da steht dann an den Panzern im Armory sind so Werbeschilder, wo du was über die Fahrzeuge lernen kannst. Und da steht, ob dann das jeweilige Gerät amphibisch veranlagt ist, so. Amphibien, die Frösche und so halt. Da sind doch durchaus einige dabei, die dann zu Wasser und zu Land fahren können. Das ist interessant. Das wäre so geil, wenn du, wenn du hier jetzt dann so ein Amphibienpanzer hättest und mal bei Cerno im Wasser aufs Spiel erwartest oder so. Oh ja. Das ist geil. Kann ich mir vorstellen, ey. Kommt der Panzer einfach aus dem Wasser rausgefahren und schießt. Also, das, ich frag mich nur, wie das dann aussieht, ne? Ja. Das wird bestimmt Megamäßig aussehen. Also ich tue mal kurz knuspern und so. Gibt es eigentlich auch, äh, richtig krasse Boote so mit Gewehren und so? Das habe ich noch nie gesehen hier. Oh, das glaube ich nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du schon gehört? Die, die, ein Macher von Arma 3 sind aus dem Gefängnis endlich gegen Kaution rausgekommen. Ja, habe ich auch gehört, ja. Das finde ich super. Jetzt kannst du wirklich weitergehen. Weil die haben es ja wirklich nicht mit, äh, dem Ziel der Industrie oder Militärspionage gemacht, sondern einfach nur ein bisschen Recherche für ihr Game, ne? Genau. Aber die Griechen, die sind da, die zuckerst du? Ah? Ja, ich sehe dich nicht. Rennen zur Küste. Ah, da. Okay. Ähm, aber die Griechen sind ja so ein hitziges Volk und das sind ja Südländer, ne? Und dann, äh, denken die da so, wow, das Arceloch, das will uns hier, äh, auspionieren. Ich kann zwar kein griechischer Akzent, aber egal. Galamari! 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 Malaka! Was kommt denn da für ne, für ne Basis? Geh zurück nach Griechenland. Ich schieß noch gar ne Kuh ab. Ah, ich hab's gesehen. Schau mal vor uns, kommt irgend so ein, so ein Versteck. Ja, hab mich so frech angeguckt. Hallo. Versteck? Yo, ey, lass mir da rein. Oh, links! Schau mal links, Alter! Schau mal nach links! Was ist denn da? Bist du blind? WTF? Ey, wenn der heil ist, ne, dann fresse ich zwei Besen. Einen von hinten, einen von nach hinten. Oh nein, nein. Guten Appetit. Oh mein Gott, war der gut getarnt jetzt. Ich weiß aber nicht, ob der heil ist. Ja, weiß ich nicht. Der sieht schon ein bisschen beschädigt aus. Ja, ne? Der Teil ist kaputt, glaub ich. Ah, shit. Ah, ziemlich kaputt. Bist du Pilot? Ja, ich bin Pilot. Versuch doch mal, Kuh zu drücken. Ja, ne, Engine ist rot, ähm, Mitrok ist rot und Instrumente. Klappt nicht? Hä? Klappt nicht das Kuhdrücken? Nein, nein, ist kaputt doch. Müssen wir erst reparieren, aber wir hätten hier eine große Stadt in der Nähe, ne? Ja, eben, das ist der Punkt, ne? Aber hast du mal so ein Heli repariert, das dauert 100 Jahre. Wir brauchen eine Milliarde Ersatzteile dafür. Wieso? Wir brauchen Scrap Metal, Engine Parts? Ne, nicht einen. Man muss ja Helis mit ganz vielen Sachen reparieren. Ja, 6, 7. Alter, hier fährt was. Raus hier. What? Irgendwie auf der Straße fährt. Wo ist denn die Straße, verdammt? Eine Ahnung, Alter. Da hinten! Scheiße, der kommt auf uns zu! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! In die Wälder, in die Bäume! Der hat ein Gewehr obendrauf, man! Ach du Scheiße! Fuck, ich hänge im scheiß Apfelbaum fest! Fucking Apfelbaum! Der währt auf uns zu! Der währt auf uns zu! Der währt auf uns zu! Der währt auf mich zu! Der währt auf mich zu! Das ist ein Panzerfahrzeug, man! Jaaaa! Der ist an mir vorbeigefahren! Oh fuck, der kommt! Der währt die Bäume einfach um! Fuck! Da! Ich seh'n! Ich seh'n! Ich seh'n! Alter, der fährt weiter! Alter, was war das denn, ey? Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Oh fuck, oh fuck! Scheiße! Moin, Alter! Scheißdreck! Wollen wir versuchen, ihm die Reifen zu zerschießen? Ich bin eher dafür, dass wir versuchen, Kontakt aufzunehmen! Ah! Der währt auf mich zu! Der währt auf mich zu! Der hält an! Okay! Sag mal irgendwas! Friendly! Friendly! Can we enter? We're friendly! Friendly! Ich hab Angst! Please, we're nice guys! Don't shoot us! Don't shoot us! We're nice! We like you! I love you! Really big man! Oh, der schießt! Super! Danke, dass du ihn so schön beleidigen musst! Ich bin hinter ihm! Ich bin hinter ihm! Ich bin hinter ihm! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Wieso? Der hat auf mich geschossen! Ähm... Was war das? Was war das? I'm in! Guys! Der hat irgendwas abgeschossen! Guys! Can my joint... Can my... Can my friend join? Can my joint smoke a weed? Oder was? Ich hör ihn nicht! Ich geh jetzt einfach mal... Ich hör ihn ganz leise! Ich geh jetzt einfach mal rein! Please guys! Can my friend join? Ich näh... Ich nähre mich! Ich nähre mich! Don't shoot him, please! Er kann einsteigen! Er kann einsteigen! Er kann einsteigen! Er kann einsteigen! Jaja, gleich! To do wars killed! Pass auf! Bitte tötet ihn nicht! Er ist voll nett! Er hinten steht im Jeep! Ja, der ist kaputt! Aber ich glaub das ist nur Deko! Ja, der ist nur Deko! So! Jetzt kann er mich töten! Ab jetzt! Er zielt auch sehr hübsch auf mich! Ich höre ich ganz leise nur! Ja, ich höre auch nix! Ich bin drin! Ja! Okay, er ist drin! Ja, er ist, alter! Geil! Da hinten ist ein Helium! Habt ihr den gesehen? Uh! Wir sprechen im Wehkild-Chat, aber ich hör den nicht, alter! Ja, ich auch nicht! Die sind so leise, ich weiß nicht warum! Hab den Sound auf Maximum! Ja, von, glaube ich, ist das, ne? One voice over network! Komm, wenn die aussteigen, wenn die aussteigen, holen wir, steigen wir um und fahren weg! Ach, schade! Scheiße! Das ist ein geiler... Das ist ein richtig geiler... Okay! Komm! Ja, Mann! Wie heißt dein Freund? Mein Freund heißt, äh, To-Do! Oh je! Okay! Oh Mann, Alter! Komm, steigt aus, Freunde! Die labern im Wehkild-Chat, aber ich hör den! Ja, ich versteh auch nix! Du bist so mega leise! Warum hör ich das denn nicht, ey? Ach, fuck, Mann! Ich hab vorhin ganz aus! Ich Idiot! Ach so! Ach, scheiße, Mann! Sorry, Jungs! Ich hab vorhin ganz aus gehabt! Cannot fire! Der Hubschrauber ist komplett, Jungs! Ich hör euch jetzt! Cannot fire! Oh Gott, hast du ne eklige Rückkopplung! Die fahren jetzt zum Nord-East-Airfield! Oh cool! Nord-East? Heißt das nicht Nord-West? Nee, es gibt auch eins im Nord-Osten! Über Krasnos-Krasnos-Dorf! The one and only To-Do! Der kennt dich anscheinend! Das ist der To-Do-For-Youtube! To-Do! Ja, und jetzt schießt er schön rum und freut sich, oder was? Was machen wir mit denen? Ja, keine Ahnung! Beklauen wir die trotzdem noch? Was? Beklauen wir die trotzdem noch? Ähm... Alter! Jetzt hör doch mal auf, ey! Ich hör gar nichts! Nimm mal den Sound-Lizer! Das ist ja frech hier! Cannot fire! Ja, weiß nicht! Ja, ich wär eigentlich dafür! Ich weiß nicht warum! Ja, cool wär's schon halt! Ich find ich's nett, dass sie uns mitnehmen, aber... Ich will irgendwie... Will ich den Panzer für uns! Ja, mein Vertrauen ist nicht so da irgendwie! Nee, auch das nicht! Die haben geschossen erst! Ja! Ey, ich schick dir nachher den Link von meiner Aufnahme! Neu! Ich nehm auch auf! What the fuck! Ähm... Dann hören die ja... Na gut, die hören ja nicht, wenn wir so reden! Nee! Das hören die eigentlich nicht! Dann wär's ja richtig... Da steht ein Auto, dann wär's ja richtig geil, wenn wir denen das Ding wegnehmen! Oder? Ja, das wär mega geil! Wenn die auch aufnehmen? Das wär bestimmt auch lustig mit deren Aufnahme! Wir tun da nur was Gutes! Beklaut von Tudu und Kranzelbart! Wir müssen uns nur geschickt antun! Wenn die merken, was los ist, dann sind wir am Arsch! Dann töten die uns! Siehst du übrigens auch die Engine und so? Alles cool, ne? Nein! Sie bekommen nichts angezeigt! Ich bin Commander, deswegen glaub ich! Ja! Euer Commander! Euer Commander David! Kennst du den noch? Äh, nein! Duper Toyklapp, egal! Naja, gut! Oh mein Gott! Okay! Muss man nicht kennen, Alter! Wirklich nicht! Ja, ich würd mal sagen, wir warten... Sollten irgendwann aussteigen! Schau mal, was für Waffen die haben! Wenn das... Weil... Unser Teil hat nur Räder halt! Also an sich haben wir geile Waffen, ne? An sich! Ja! Wir müssen die umbringen und das will ich nicht unbedingt! Nicht? Ja, ich weiß nicht! Je länger wir jetzt mit denen rumfahren, desto falscher fühlt es sich an! Ja, das stimmt! Ich hab's glaub ich schon mal gesagt! Es ist wie alkoholfreies Bier! Ähm, oder das Lecken der eigenen Schwester! Äh, schmeckt richtig, ist aber falsch, ne? Ja! So ist es ja auch grad! Die umbringen, fühlt sich richtig an, ist aber falsch! Ja! Also... An sich... Wollen wir nur den Panzer... Da steht ein LKW halt! Wie viele... Wie viele Fahrzeuge hier einfach rumstehen! Ja! Ja! Ähm... Ja, an sich... An sich will ich nur den Panzer haben, aber... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das geht einfach so! Ja, die müssten aussteigen und wir müssten sie wegballern! Ja! Wie viele sind denn das überhaupt? Also mindestens zwei, eher drei! Ich glaube... Ne, ich glaube zwei! Ich weiß es nicht mehr genau! Da war ein Name! Warte mal! Ich frag mal! Einfach mal! Wie viele sind wir denn hier im Fahrzeug? Äh, ich... Ich tendiere auch zu zwei! Was macht der denn jetzt? Er fährt einfach durch! Ja! Kann's ja mit dem Ding! Okay, das sind zwei Stück! Die kriegen wir eigentlich! Aber... Fuck, jetzt machen wir das! Wir sind hier gerade in einer moralischen Epi-Familie! So ist das, glaube ich! Alter, hier startet ein... Hubschrauber! Ja, ne? Mhm! Vergegen! 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 Mach ihn kaputt, Mann! Vergegen, Mann! Vergegen, Mann! Vergegen, Mann! Jaaaa! Hahaha! Okay, jetzt können wir sie nicht mehr killen! Warum haben wir eigentlich nicht den Heli geholt, Mann? Juhu! Nein! Was ist jetzt? Ich hab Schaden! Oh, Mann! Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Dass wir den Heli hätten! Oh, Mann, sind wir blöd! Mach kaputt, mach kaputt! Da steht ein Panzer drin! Da steht ein Panzer im Hangar! Da steht noch ein Heli! Da ist ein Heli! Da ist ein Heli! Holen wir uns den? Ich bin raus! Wollen wir uns den Heli holen, Leute? Ja! Ich mach's! Oh, die schießen nicht auf uns! Mir ist scheißegal! Pilot, 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 Pilot! Wuhu! Nein, ich wollte doch... Wir müssen erstmal weg von hier! Sag mal Dankeschön oder so, hier über Direct noch! Nein, schnell! Dankeschön, Jungs! Danke für alles! Und schau mal! Und schau mal im Hangar! Da steht noch ein Panzer! Was? Ja! Da haben wir doch keinen Scheiß! Nein, ernsthaft! Wo ist denn noch der Hangar? Da! Alter! Siehst du ihn? Jo! Die haben den genommen! Alter! Was ist denn los? Was ist das? Wir hauen jetzt erstmal ein bisschen ab von hier, bevor die auf uns schießen! Irgendwie will ich die... Irgendwie will ich die... Ja, du sitzt doch am MG! Ach ja! Ja, aber da können wir nichts abends ausrichten mit dem Panzer! Wahrscheinlich nicht! Boah! Jetzt hast du Platz gewechselt! Ja! Mach ich mal einfach mal ganz... Aber ich kann irgendwie nicht schießen! Boah! Was machst du? Fliegen! Okay! Wenn du was sagst! So, wohin? Boah! Ich hätte fast Eject gemacht! Ähm... Was ist das für eine Ansicht? Ich sehe... Mein... Ich sehe mich vor mir... Und mein Kopf ist quasi... Vor meinem Körper! Und guckt meinen Körper an! Ja, du sitzt da auch total entspannt mit verschränkten Armen vor dem MG! Schießt du? Ich kann doch schießen! Ah, okay! Was ist denn das für eine Ansicht? Ich kann das Ding nicht kontrollieren! Nimm das doch mal in die Hand! Das MG! Da wechsel doch nochmal den Sitz! Alter!